Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klembaustein Lyrik und mal wieder zu einem neuen bzw. nicht mehr ganz so neuen Architecture Set. Das, was wir hier nämlich sehen, ist der schiefe Turm von Pisa und da ist es natürlich besonders spannend, wie kriegt man es als Lego-Designer hin, dass das dann wirklich schief ist und dann aber trotzdem nicht umfällt. Das werden wir uns dann gleich genauer angucken. Das ganze Modell hat übrigens 345 Teile, kostet knapp 35 Euro, ist auch weiterhin erhältlich, obwohl es schon, naja schon. Die Zeit ist ja noch gar nicht so lange vergangen, 2013 erst Ganze erschienen ist. Da sahen wir auch schon viele weiße Steine, viele kleine weiße Steine, die darauf harren, zusammengesteckt zu werden innerhalb von, naja, so ungefähr einer Dreiviertelstunde, Stunde. Dann ist man auf jeden Fall damit fertig und wenn es denn dann schief sein soll, dann soll es auch schief sein. So schief steht er dann da mit viel, viel Weiß, insbesondere vielen weißen, runden Steinchen, die dann jede einzelne Etage für sich entsprechend bilden. Wir werden das gleich auch nochmal im Vergleich zum Original sehen. Es gibt tatsächlich, und so soll es bei Architecture ja auch sein, eine Menge Parallelen. Im Original ist die Spitze übrigens 3,9 Meter abweichend von der Normalposition und das bei einem Turm, der gerade mal knapp etwas über 55 Meter Höhe hat. Da ist das Original, wir sehen die Schieflage, die ist ihm immanent, deswegen ist er ja auch so berühmt. Dieser Glockenturm wurde auch immer mal wieder gepausiert, bis er dann fertiggestellt war. Wir sehen die entsprechenden Abteilungen auch unten, dann mit den Säulen, das wurde hier also auch bei dem Modell schön dargestellt. Und oben dann der entsprechende Glockenturm mit der Flagge dann noch drauf. So, und jetzt sehen wir hier, da steht natürlich wieder drauf, Leaning Tower of Pisa, das ist er. Also das steht da, schön schon mal, damit man auch weiß, was es ist, aber das dürfte fast jeder wiedererkennen. Es gibt einen Sockel dazu, da erkennen wir auch schon die Schieflage. Und dann geht es hinauf, die einzelnen Abteilungen, die im Original aber auch nicht in einem Rutsch gebaut wurden. Man hat dann zwar am 9. August 1173 angefangen, nach drei Etagen, da merkte man aber, das Ding neigt sich nach Südosten. Dann hat man 100 Jahre gewartet, dann vier weitere Stockwerke draufgesetzt, die auch schief sein sollten. Das sehen wir jetzt bei dem Modell allerdings nicht, um die Schieflage etwas auszugleichen. Dann hat man wieder unterbrochen und bis dann der Glockenturm drauf war, sind knapp 200 Jahre insgesamt vergangen. 1372 stand das Teil denn. So, und jetzt gucken wir uns mal an, wie das denn hier mit dieser Schieflage hingekriegt wurde. Dazu nehmen wir mal diese Verdeckteilchen hier ab und dann sehen wir, da ist tatsächlich ein kleines Scharnier drin. Wenn wir wollen, können wir also das Ganze noch schiefer legen, um nicht zu sagen, wir können ihn sogar umlegen. Da, noch steht er und blups, da liegt er. Ja, das hatten sich die Erbauer vom Schiefenturm von Pisa wahrscheinlich auch nie gedacht. Ansonsten, ja, schönes Teil. Mal wieder links gelegt. Also, wenn man mal beeindrucken will, dann legt man ihn so hin. Dann ist es wirklich ein absolut Leaning Tower of Pisa. Von unten jetzt nicht wirklich eine Schönheit, aber rechts sehen wir wieder dieses Scharnier, dass diese Schieflage, dadurch, dass sie eben nicht gerade ist, draufliegend, dann tatsächlich auch produziert. Und das Ganze ist auch so interessant geformt, dass ja vorne sozusagen, von vorne die Schieflage schon zu sehen ist. Also dadurch schon dieses Absacken, daran lag es ja, dass darunter der entsprechende Untergrund eben nicht ganz fest war. Dadurch kam es ja zu dieser Schieflage, dass man das dann hier auch von der Seite wunderschön dann auch schon am Boden erkennen kann. Ja, und oben eine weiße Flagge. Ja, siehste. Und von oben sieht man dann auch die ganze Noppen, die mit Kleinstteilen dann noch draufgesetzt sind. Wie auch üblich bei Architecture eben alles etwas abstrakter. Und man hat sich ja nie damit gerüstet jetzt, dass man tatsächlich irgendwelche Größenverhältnisse einhalten würde bei der Serie. Wir sehen hier, also das passt nicht mit eins zu anderem. Da sind Größenordnungen eher angedeutet. Aber man merkt auch schon hier an diesem Vergleich mit den anderen Modellen, unser Schieferturm von Pisa ist schon ein kleiner Kaventsmann. Also immerhin knapp 26 Zentimeter bringt er ans Messgerät. Und hier sehen wir nochmal, wir können also das Heft hier auch online auf Deutsch dann runterladen. Dabei ist er nur, oder die Beschreibung dann auf Englisch und auf Italienisch. Es gibt eine ganze Menge Informationen zum Hintergrund, zur Baugeschichte eben auch. Was hat sich damals der echte Architekt des Bauwerks so gedacht? Wie ist die Geschichte dann weitergegangen? Mit auch ein paar alten Fotos, wie wir hier entdecken können. Bis hin auch dann zum Glockenturm. Die Glocke selber ist im Modell übrigens nicht enthalten. Es gibt ein paar Infos. Dann auch die entsprechenden Dinge, mit denen man dann notfalls bei Jauch auf dem Stuhl ein bisschen glänzen kann. Und das Bauen wird noch unterstützt. Beziehungsweise die Motivation, dass dann wie üblich bei Architecture immer mal alle paar Seiten ein paar Infos mit enthalten sind. Inklusive kleines Foto dazu. Hier sehen wir zum Beispiel gerade die Glocke, die ja, wie gesagt, nicht enthalten ist. Wir erkennen hier auch, in der Mitte ist es nicht hohl, sondern da sind zur Verstärkung wahrscheinlich vor allem auch diese Rundteile noch integriert. Das war das, was vorhin, als ich es vorführte, so leicht klackerte. Und hier sehen wir jetzt den entsprechenden Mechanismus. Wie üblich kommt dann auch nochmal der Designer zu Wort. Hier ist es mal wieder, Herr Tacker, auf dem ja auch dann so ein bisschen das beruht, dass überhaupt diese Architecture-Serie bei Lego erschienen ist. Und er erzählt nochmal, wie toll er eben gerade den schiefen Ton von Pisa fand. Ein bisschen Werbung für neue Sets. Jetzt 2015 ist ja auch das Lincoln Memorial rausgekommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Also wieder ein schönes, abstraktes Architecture-Set, das tatsächlich auch recht massiv ist. Und damit für mich zumindest mit zu den Highlights im Architecture-Bereich gehört. Deswegen gibt es von mir auch 8,5 Punkte für dieses Modell. Sehr schön und geht ja preislich sogar noch mit knapp 35 Euro. Naja, gut. Das war heute die schiefste Folge der Klemmbaustein-Lyrik. Wir hören uns hoffentlich dann bald wieder und sehen uns auch. Und tschüss. Das war heute die Schiefste Folge der Klemmbaustein-Lyrik-Lyrik-Lyrik-Lyrik-Lyrik-Lyrik-Lyrik-Lyrik-Lyrik-Lyrik-Lyrik-Lyrik-Lyrik-Lyrik-Lyrik-Lyrik-Lyrik-Lyrik-Lyrik-Lyrik-Lyrik. Vielen Dank.